Musik Ich bin zurück, endlich kann wieder Bowling gespielt werden Spaß, YouTube bitte, kein Strike mehr Luca und ich waren mal wieder in der Kommentarsektion unterwegs Das heißt, heute kommt Sascha liest Kommentare Ganz traditionell, fang ich an mit dem Top-Kommentar aus der letzten Episode Let's go YouTube, lass mal wieder wie mit unsympathischTV spielen Strike Musik Ich will mich aber nicht bei dir auf den Schoß setzen Nächstes Mal bitte Monte Weisheiten auf Englisch Mehr Anzeigen Rauskuss geht Was verbindet Hector, Panzer und Knossi Mehr Anzeigen Die Goldkrone Goldkrone Und auf den Schock Erstmal in die Werbung Mein RTL Es ist circa zwei Jahre her, dass Nico uns alle geprankt hat Mit diesem Miami-Prank, wo er angeblich weg war Wenn dir abends im Bett kalt ist Mehr Anzeigen Halt dich bedeckt Okay Ruhe Wieso sagen Spanier nicht Hallo Mehr Anzeigen Weil die kein Deutsch können Raus Ich find schöne Momente mit Monte Schön Hallo Wie nennt man ein Bündnis von Koala-Bären Mehr Anzeigen Koalition Ich liebe Koala-Bären Und für diesen Kommentar gehen wir ganz kurz in die Schweigeminute Wie lädt man einen Dicken zu einer Party ein Mehr Anzeigen Konfetti Mahlzeitfreunde Und an der Stelle bin ich komplett raus Falls euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen Falls ihr diesen Kanal und SympathischTV noch nicht abonniert habt Könnt ihr jetzt auf kostenfreier Lärmbasis ein Abonnement für mich da lassen Wir sehen uns morgen wieder Wenn es wieder heißt Moin Meister Hey warum Deswegen hab ich gesagt, jetzt hab ich merkt, weil ich wusste, dass du da im Auto hast Leute, checkt auf jeden Fall RhinoShield ab Danke nochmal für die Kooperation Geht kurz raus Hm Was haben wir denn hier noch Gucken wir uns mal das hier an Fragt zwei Lesben Vanessa und Ina über ihre Traumpenisse Den CSD und Kindern bekommen Also erstmal Hyperbole ist ein cooler Kanal Ich mag den Ich mag den Kanal Was ist denn CSD, Digga? Was ist CSD? Hm Hm Ach, Christopher Street Day Ah ja, okay Köstlich Schmöchtlich Bin ich mal gespannt Bevor wir das Video anfangen Jeder kann das Leben, was er möchte Alles was legal ist Kann jeder so machen, wie er möchte Ich bin Vanessa Und ich bin Ina Und wir sind seit 5 Monaten verlobt Und obwohl wir 2019 haben Bekommen wir immer noch alle handfragende Blicke zugeworfen Vor allem von Männern Fragt zwei Lesben Hi Vanessa Hey Hallo Hallo Ina Hallo Sophie Pöhler möchte von euch zwei wissen Wann und wie habt ihr eigentlich realisiert, dass ihr lesbisch seid? Ah ja Also ich habe das gemerkt, als ich 15 war Und ich habe Serien geschaut Und am besten haben mir die Charaktere gefallen, die lesbisch waren Also es waren dann meistens zwei Frauen in einer Beziehung Und mit denen konnte ich mich viel, viel besser identifizieren Und als ich dann nach so 4, 5 Jahren Ina getroffen habe Habe ich dann mich total in sie verliebt Und da wusste ich dann Ich stehe auf Frauen Ja Muss ich jetzt noch was sagen? Ja Ja toll, das wäre der Punkt Du Arsch Moritz Lührmann möchte Das sind zwei süße Mädels Aber wie gesagt Wenn sie nicht auf Männer stehen Sondern auf Frauen Das ist doch in Ordnung Wenn ihr irgendwelche scheiß Kommentare jetzt rein schreibt Gibt es die Subscriber Äh äh Emote Only Mode Hallo Wir leben im Jahr 2019 Jeder kann das machen, was er möchte Wissen Wie haben eure Eltern drauf reagiert? Sie waren ein bisschen überfordert damit Aber nicht in dem Sinne Also Sie haben uns nicht angeschrien Oder Sie haben Auch nicht geweint Aber sie waren glaube ich einfach Ja Ein bisschen überfordert mit der Situation Und es hat eine Weile gedauert Bis sie gelernt haben Sozusagen damit umzugehen Und damit zurecht zu kommen Aber inzwischen Ähm Kann ich sagen Dass unsere Eltern super super zufrieden sind Und uns jeweils auch total gern haben Genau Meine Mutter Die erste Frage die sie gestellt hat war Wer ist denn der Mann bei euch in der Beziehung? Anne Blumenstil möchte wissen Die haben beide auch den selben Lippenstift drauf Ne Voll abgesprochen die beiden Man muss ja auch nochmal ganz klar feststellen Leider ist es ja so Dass wir Wir leben im Jahr 2019 Und Ich glaube Ein Coming Out Dass man lesbisch ist Ist glaube ich Gesellschaftlicher Immer noch mehr angesehen Als wenn man sagt Dass man homosexuell ist Voll Dulli irgendwie oder? Ist voll Dulli Und warum? Weil die Männer sich immer vorstellen Oh die beiden sind lesbisch Und sie haben direkt ein Lesbenporno im Kopf Voll dumm Ist irgendwie voll dumm Äh Ja Ist irgendwie dumm Lesbisch und homosexuell Ist auch ein Unterschied Von den Wörtern schon Wenn ich sage Die sind lesbisch und homosexuell Ja ihr wisst doch was ich meine Warum müsst ihr immer alles Auf die goldwaage legen Ihr wisst doch ganz genau was ich meine Wer von euch denn den antrag gemacht hat Also den antrag haben wir beide gemacht Weil jede frau sollte einen antrag bekommen Also haben wir gesagt Wir machen das auch so Und dann hatten wir einen wundervollen tag Der vollkommen überlastet war Von den ganzen eindrücken Aber wir hatten beide unseren antrag Und haben auch beide einen ring Genau Dank meiner schwester Denn die hat das so geplant Dass Ina das vormittags macht Und ich davon nichts wusste Und ich habe es nachmittags gemacht Und Ina wusste davon auch nichts Und ja Im Endeffekt hatten wir einen total tollen Tag Unser Verlobungstag ist bei beiden der gleiche Und wir haben beide einen ring Total cool Plastikermöbel interessiert Habt ihr schon mal mit einem Mann geschlafen? Also ich nicht Ich schon Ja genau Orangen Ozean fragt Kann eine Frau Eine andere Frau Eher zum Kommen bringen Als ein Mann? Ja bestimmt Also ich würde sagen ja Weil als Frau Weißt du ja selber Was du hast Und entsprechend Die Frau auch Insofern weißt du Was dir gefällt Wird auch der anderen Frau gefallen Und es ist ein bisschen Ja ich weiß nicht Mit einer Frau Es ist wesentlich zärtlicher Es ist emotionaler Und es ist irgendwie tiefgehender Als mit einem Mann So meine Erfahrung Aber ich finde es schon heftig Ich glaube es gibt Wenig Oder Also würde ich jetzt einfach mal behaupten Ich glaube es gibt wenig Lesbische Frauen Die noch nie Mit einem Mann geschlafen haben Oder? Mit einem Mann geschlafen haben Kann ich mir Also ich kann mir vorstellen Dass das wenige Frauen sind Ja Eher wahrscheinlich Dass sie mal mit einem Mann Was hatten gemerkt haben Das gefällt ihnen nicht so Ich glaube Also das finde ich schon heftig Dass sie mit noch gar kein Mann geschlafen hat Und direkt Wusste dass sie lesbisch ist Ist ja schon krass Fritz Müller möchte wissen Täuscht ihr euch auch Orgasmen vor? Nein Also ich habe noch kein Orgasmus vorgetäuscht Ich weiß jetzt nicht wie es bei dir ist Schatz Nein mein Hase Jetzt geht es los Ina ist auch die erste Person Mit der ich geschlafen habe Und ja Deswegen bei der Vergangenheit auch nichts Kurti fragt sich Findet ihr Penisse eklig? Nein Aber es ist eine Wenn wir ein Kind haben Und das ein Junge ist Dann finde ich das ja auch nicht eklig Wenn er da einen Penis hat Oder? Nein Die Frage war aber auch Dulli oder? Findet ihr Penisse eklig? Das ist so eine Klischeefrage Klar die kommt von irgendeinem Zuschauer Aber die Frage ist Die Frage ist irgendwie komisch Die hätte man auch weglassen können 89 möchte wissen Denkt ihr Dass ein prächtiger Traumpenis Euch hetero machen könnte? Jetzt lasst du Fragen Nein Also ich glaube Dieser Dieser Trugschluss Ja Du müsstest erstmal Einen echten Mann kennenlernen Und dann ließe sich das umkehren Ich glaube So einfach ist das nicht Und auch ein prachtvoller Penis Könnte daran nichts ändern Wir stehen hundertprozentig auf Frauen Und das hat man auch in der Vergangenheit In der Vergangenheit auch bei Ina schon gesehen Dass ein Penis sozusagen Nicht so viel daran ändern kann Und auch wenn er unglaublich groß ist Ich denke nicht Dass man da irgendwas verändern könnte Rudimentär fragt Ina Hattest du bereits eine feste Beziehung mit einem Mann? Ja hatte ich Es ging nicht allzu lange Es waren so zwischen Ich glaube es waren so drei oder vier Monate Und ja im Endeffekt Ich finde es halt schade Dass es auseinandergegangen ist In dem Sinne Dass es für mich auch ein sehr guter Freund war Aber es wäre besser gewesen Als dabei geblieben wäre Marin fragt sich Ist es eine Fantasie vieler lesbischer Frauen Eine heterosexuelle Frau rumzubekommen? Puh Also ich denke Dass vielleicht viele diese Fantasie haben Man möchte immer das haben Was man nicht haben kann Das fängt ja schon bei Kleinigkeiten an Und ich könnte mir vorstellen Dass das auch bis dahin geht Und wenn ich ehrlich bin Ich habe auch schon Jetzt Also ich finde viele Frauen Sehr attraktiv Die auch wirklich hetero sind Natürlich habe ich meinen Schatz Und die interessieren mich natürlich nicht Aber ich finde sie auf jeden Fall attraktiv Ich weiß jetzt nicht Ob du auch so Klar man findet Frauen Halt manchmal hübsch Oder heiß Das ist ganz normal Und wenn wir jetzt nicht zusammen Möglicherweise Würden wir uns auch in eine hetero Frau verlieben Ich habe mich ja auch in Ina verliebt Und sie war für mich damals ja auch total hetero Und ich habe mich ja total in sie verknallt Ich weiß jetzt nicht Ob es dieser zusätzliche Reiz war Aber es hat auf jeden Fall geklappt Mr. Master fragt Wie realitätsnah sind lesbische Pornos? Au Backe Ähm Nicht besonders realitätsnah Aber ich glaube das sind Pornos allgemein nicht Also ich glaube vieles was in Pornos passiert Kann man so einfach überhaupt nicht umsetzen Und vor allem Kann der andere dabei gar keinen Spaß haben Nein Also da werden ja immer so Orgasmen gezeigt Und Pornos Die unglaublich sind Aber wenn man das wirklich praktiziert Dann passiert das nicht Also es ist ja jetzt kein Rubbel los Also da sind auch Frauen Immer mit extrem langen Nägeln Die wirklich manchmal sehr unpraktisch In vielen Situationen sind Also ich denke Hat sie schon recht Pornos sind in den meisten Fällen Fähren ab von der Realität, Digga Dass das nicht echt ist Ja Schaut ihr selber Lesbenpornos? Nein Also wir schauen gar keine Pornos Mhm Das ist nicht gelogen Auch wenn du das jetzt denkst Ja, wahrscheinlich Nikok2 möchte wissen Gab es schon Typen Die einen Dreier mit euch wollten? Ja Wahnsinnig oft Also ich glaube Das ist eine wirklich Wirklich oft gestellte Frage Und auch irgendwie Eine Männerfantasie Dass Männer unbedingt Gleich zwei Frauen rumbekommen wollen Ich weiß nicht Ob wir uns dadurch geschmeichelt fühlen sollen Falls ja Dann sind wir das natürlich Vielen Dank für eure Anfragen Aber wir sind nicht an einem Dreier interessiert Bei manchen Männern geht die Fantasie Manchmal leider mit durch Und ich habe auch eine witzige Geschichte Ich weiß nicht, ob die so witzig ist Aber sie ist auf jeden Fall mir in Erinnerung geblieben Und da waren Bubu und ich Waren feiern in einem Club Also in einem Hetero-Club Und dann ist auf einmal Also eine Gruppe von Männern Auf uns zugekommen Ich glaube das waren drei Ja Jungs In einem Alter von 20 bis 23 Und die haben gesehen Dass wir offensichtlich ein Paar sind Sie sind trotzdem auf uns zugekommen Haben gefragt Ob wir was trinken wollen Wir haben nein gesagt Weil wir an dem Abend Irgendwie nicht so Lust hatten zu reden Und auf einmal meinte der andere Also der andere da Meinte, dass wenn wir doch einen Dreier mit ihm machen Oder doch kurz mit ihm rumknutschen Dass er uns 20 Euro dafür geben würde Also dass er uns quasi Geld dafür geben würde Wenn wir uns vor ihm küssen Oder vielleicht sogar noch mehr machen In dem Punkt war ein bisschen Die Grenze bei mir überschritten Weil so einen Spruch zu bringen Mit haben wir einen Dreier Ist ja noch vielleicht manchmal ganz witzig Aber in dem Moment war bei mir Und bei Ina auch Eine Grenze überschritten Da war der Abend bei mir auch versaut Und das hat auch nichts mehr mit Spaß zu tun gehabt Pace fragt Hatte sie das nicht als lustige Story Am Anfang angekündigt? Yikes Tragt ihr Männerfrisuren? Nein Aber ich glaube Dass es Also es gibt ja Frauen Lesbische Frauen Die sich sehr sehr männlich kleiden Und ich glaube es ist sehr schwer Also ich stelle mir jetzt vor Ich habe keine Freundin Und Die beiden Man muss aber auch dazu sagen Man hat ja so Manchmal so ein Sinnbild Von lesbischen Frauen So mit kurzer Lesbenschnitt Und 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 Viele haben sozusagen diesen lockeren Stil Offene Haare Oder kurze Haare Kaum geschminkt Aber Wir denken zwar Dass es in vielen Köpfen drin ist Weil die Medien das daraus machen Aber es gibt genauso viele Hetero Frauen Die kurze Haare haben Oder handwerklich begabt sind Oder keine Schminke tragen Wir denken Dass es vielen wahrscheinlich Erleichtert Ihr Coming Out Oder eine Freundin zu finden Wenn sie sich vielleicht In dieses Stereotypische Bild Fügen Fieferskiller möchte wissen Gibt es einen männlichen Und einen weiblichen Part in eurer Beziehung? Fieferskiller Digga Wenn ich die Namen schon lese Nein Den gibt es bei uns nicht Und Das ist zum Beispiel Auch der Grund Warum wir auch beide Einen Heiratsantrag Uns gemacht haben Weil wir uns da Also gar nicht Irgendwo zuordnen lassen wollen Oder uns selber Da nicht zuordnen Und Natürlich Es gibt immer Vielleicht Ich habe den männlichen Zug Dass ich die Spinnen bei uns wegmache Und ich weiß nicht Du bist zum Beispiel Bei uns der Autofahrer eher Und das ist vielleicht So stereotypisch männlich Und trotzdem Sind wir beide Fifty-fifty Ja Omega Tofu möchte wissen Wollt ihr später Kinder bekommen? Ja Also am liebsten zwei Also gerne ein Junge Und ein Mädchen Ein Spaß Auf jeden Fall würden wir gerne Zwei Kinder bekommen Und das hält uns auch nicht Davon ab Ihr Humor, Digga Ein Junge und Mädchen Nee Spaß Dass wir in einer gleichbeschlechtlichen Beziehung sind Kinder zu bekommen Also es gibt ja mehrere Möglichkeiten Zum Beispiel einmal die Adoption Dann zum Beispiel Das über eine Samenspende Wie auch immer privat Oder das kann man ja auch Über meinen Anbieter machen Oder es gibt auch die Europa-Methode Die gibt es allerdings nur in Spanien Die ist in Deutschland nicht erlaubt Noch nicht auf jeden Fall Und wir haben Wir schwanken noch zwischen Der ganz normalen Samenspende Oder natürlich der Europa-Methode Und bei dieser Europa-Methode Da wird die Eizelle von der einen Zum Beispiel jetzt von Ina Die Eizelle entnommen Und mir quasi eingefügt Und sozusagen Dann ist das Kind von uns beiden Weil ich trage das Kind ja neun Monate aus Aber das Kind hat die Gene von Ina Dann sind wir beide an der Schwangerschaft beteiligt Was wir natürlich super finden Was wir nicht so gut finden Sind die Hormone Die uns leider unterspritzt werden Das ist der Nachteil Und dass man natürlich Also ich könnte bei der Schwangerschaft Das als Fremdkörper sehen Und das auch abstoßen Deshalb sind wir uns noch unsicher Und schauen, was in den nächsten 3-4 Jahren Vielleicht noch in der Forschung passiert Wer weiß Hab ich auch noch nicht von gehört Irgendwann möglich Ein gemeinsames Kind zu bekommen Das wäre total cool Und wer von euch beiden Würde dann das Kind austragen? Also das erste Kind Soll ziemlich sicher Nessi austragen Wie das bei dem zweiten ist Wissen wir noch nicht Und ob es ein zweites gibt Kann man ja auch noch nicht sagen Aber das erste auf jeden Fall Nessi Ich möchte ein zweites Kind haben Oh Gott Oh Gott Michelle Mayer möchte wissen Wie kann ich rausfinden Ob meine Freundin auch auf Frauen steht? Gute Frage Also ich habe ja damals selber versucht Rauszufinden Ob Ina möglicherweise auf Frauen steht Und es gibt wirklich verschiedene Wege Die auch nicht so direkt sind Weil ich denke mal Du suchst bestimmt einen indirekten Weg Und nicht Hey, bist du eigentlich Lesbisch? Ich glaube, das möchtest du nicht fragen Bin ich altmodisch, wenn ich sage Der herkömmliche Weg ist mir sympathischer Du, Digga Du kannst für dich den Weg Jeden Weg besser finden Ist ja scheißegal Solange du niemanden damit beleidigst Oder sonstiges Weiß nicht Finde ich jetzt nicht schlimm Wenn du sagst Du magst den altmodischen Weg lieber Mann und Frau Okay Aber dass die anderen Leute halt auch ihr Ding machen Ist doch in Ordnung Und eine Sache wäre zum Beispiel Ein Spiel Wenn du jetzt zum Beispiel auf einer Party bist Wahrheit, Pflicht oder sowas So eine Partyspiele Da kann man ganz leicht rausfinden Zum Beispiel Hast du schon mal eine Frau geküsst? Und dann kommt ja Ja oder Nein Und dann sieht man ja schon mal zum Beispiel Ob das eine Möglichkeit wäre Oder wenn du eine Serie kennst In der ein lesbisches Paar spielt Dann könntest du ja vorschlagen Dass ihr diese Serie zusammen anschaut Also es muss ja jetzt kein Hauptcharakter sein Aber nebenbei Und dann könntest du anfangen Darüber zu sprechen Und vielleicht merkst du ja Dass sie auch einsteigt Und sagt Ja ich hab mir das auch angeschaut Oder ich kenne da auch jemanden Und dann könntest du merken Hm okay Vielleicht hat sie auch Interesse an Frauen Und der dritte ultimative Tipp ist noch Guck einfach bei Instagram Oder bei Social Media Hat sie dort eine kleine Regenbogenflagge versteckt Oder wem folgt sie Folgt sie vielleicht den Kardashians nur Oder vielleicht auch homosexuellen Paaren Vielleicht folgt sie uns Oder vielleicht anderen typischen Homosexuellen Influencern Dann let's go Flourish and Blots möchte wissen Glaubt ihr Schwule erfahren mehr Diskriminierung Als Lesben Also eine sehr schwierige Frage Die man jetzt nicht verallgemeinern kann Allerdings denken wir Dass gerade Lesben In Pornos öfter zu sehen sind Und das ist ja auch Einer der Top Suchbegriffe In Pornos Muss man ja nun mal so sagen Und dadurch Dass das Thema so sexualisiert wird Werden Lesben vermeintlich Weniger diskriminiert Als Schwule Geht ihr zum CSD Auf jeden Fall Kann mir auch jeder sagen Was er möchte Homosexuelle sind leider gesellschaftlich Also Homosexuelle Männer Sind leider gesellschaftlich Immer noch Wesentlich mehr Diskriminierung Beleidigung Ausgesetzt Als Homosexuelle Frauen Auf jeden Fall Safe Dumm Aber leider ist es so Fakt Ja Dieses Jahr waren wir auch da Und wir sind in einer Recht großen Gruppe gegangen Und es hat richtig Richtig viel Spaß gemacht Zu sehen Wie viele Leute Sich einfach lieben Also es war Eine richtig richtig schöne Parade Nächstes Jahr gehen wir wieder Oder First Name Last Name Möchte wissen Was liebt ihr an der jeweils Anderen Person Denn am meisten Ich kann mich gar nicht entscheiden Du bist so ein Schleimer Also ich liebe am meisten an dir Dass du immer zuerst an Mich denkst Und nicht an dich Dass wenn du zum Beispiel Unterwegs bist Und nur noch einen Euro hättest Würdest du den Euro Für mich ausgeben Und nicht für dich Ja Das liebe ich am meisten an dir Ich liebe an dir am meisten So deine Ja deine Sorgfalt In dem Sinne Dass du Du hast immer eine Idee Du kannst Ein, zwei Cringe Momente Waren schon dabei Aber ansonsten Ein gutes Video Ich bin, zwei Cringe mir an dir Ich bin, zwei Cringe mir an dir